Willkommen zu einem neuen Video vom Automagazin TuningBlog. Heute nehmen wir euch mit auf eine aufregende Reise durch die neuesten Entwicklungen des BMW 2er Grand Coupé 2025, der in der zweiten Generation als F74 auf den Markt kommt. Genau fünf Jahre nach dem Debüt seines Vorgängers präsentiert BMW mit dem neuen Modell eine beeindruckende Mischung aus bewährtem Charme und frischen innovativen Details, die das Herz eines jeden Autoliebhabers höher schlagen lassen. Schon auf den ersten Blick fällt die Nähe zum Vorgängermodell auf, doch zahlreiche neue Elemente verleihen dem F74 einen völlig neuen Look. Die Front des viertürigen Coupés besticht durch ein neues Schürzendesign, eine flachere Niere und schmalere Scheinwerfer, die dem Fahrzeug eine dynamischere und modernere Ausstrahlung verleihen. Am Heck sorgen die neu gestalteten Rückleuchten mit markanter Einkerbung am unteren Rand für eine frische Optik, die das Coupé auch nachts in einem ganz neuen Licht erscheinen lässt. Besonders auffällig ist das neue Tagfahrlichtdesign sowie die optionale Iconic Glow Niere mit beleuchteter Einfassung, die dem F74 eine klare Abgrenzung zum Vorgänger verschaffen. Ein weiteres Highlight ist das Abgassystem des Topmodells M235 Axedrive, das mit vier unübersehbaren Endrohren ausgestattet ist. Dieses Modell setzt nicht nur optisch Akzente, sondern bietet auch eine exklusive Abgasanlage und ein eigenständiges Nierendesign mit horizontalen Streben. Im Gegensatz dazu kommen die schwächeren Varianten mit einer Mischung aus senkrechten und diagonalen Stäben, die bisher nur beim 1er und X3 zu finden waren. Besonders spannend ist der Antriebsstrang des M235 Axedrive, der zum Marktstart im März 2025 die einzige Allradoption bietet, während alle anderen Varianten ausschließlich die Vorderräder antreiben. Mit einer Länge von knapp 4,50 m übertrifft das neue BMW 2er Grand Coupé seinen Vorgänger um 20 mm und bleibt damit in ähnlichen Dimensionen wie die 3er-Generation E90. Diese Größe positioniert den F74 näher an der Mittelklasse als an der Kompaktklasse, was ihm eine perfekte Balance zwischen Sportlichkeit und Alltagstauglichkeit verleiht. Eine neue Individualisierungsoption ist die Lackierung des Dachs in schwarzer Kontrastfarbe, die besonders in Kombination mit hellen Karosseriefarben für einen flacheren und eleganteren Look sorgt. Trotz des gleichen Radstands hat BMW viel getan, um das 2er Grand Coupé zu einem spürbar besseren Fahrzeug zu machen. Maßnahmen zur Steigerung der Steifigkeit von Karosseriestruktur und Fahrwerksanbindung, neue Achskomponenten an Vorder- und Hinterachse sowie eine optimierte Vorderachskinematik und eine neue Stoßdämpfer-Generation sorgen für mehr Agilität und Lenkpräzision. Dies führt zu reduzierten Wankbewegungen bei dynamischer Kurvenfahrt und gleichzeitig zu einem höheren Komfortniveau, das sowohl sportliche Fahrer als auch anspruchsvolle Alltagsnutzer begeistert. Im Innenraum punktet der BMW 2er Grand Coupé 2025 mit einem völlig neu gestalteten Cockpit, das sich eng am Eiser orientiert. Das kleinere BMW Curved Display mit 10,25 Zoll auf der linken und 10,7 Zoll auf der rechten Seite sorgt für eine intuitive Bedienung. Die aktuelle iDrive 9 Software bringt zusätzlich modernste Technologien ins Fahrzeug. Besonders interessant für viele Kunden dürfte sein, dass der 2er nun vollständig auf den traditionellen iDrive Controller verzichtet und stattdessen voll auf Touchscreen und Spracheingabe setzt. Der Automatik Schalthebel wurde durch eine kleine Wippe ersetzt, die in allen Modellen zur Steuerung eines Siebengang DKG genutzt wird. Manuelle Getriebe bleiben aus. Die Rückbank bietet nicht nur Platz für drei Personen, sondern lässt sich auch im Verhältnis 40-20-40 teilen, was für maximale Flexibilität im Innenraum sorgt. Je nach Motorisierung steht ein Kofferraumvolumen von 360 bis 430 Litern zur Verfügung. Das bei den Modellen 220 und 220D verbaute 44 kWh Bordnetz ist für das etwas kleinere Volumen verantwortlich, bietet jedoch zahlreiche Vorteile in puncto Effizienz und Leistung. Die Motorenpalette des neuen 2er Grand Coupé umfasst zunächst die Benziner 220 und M2 35 sowie die beiden Diesel 2080D und 220D. Damit bestätigt sich, dass die Benziner unabhängig von der Zahl der angetriebenen Räder oder Zylinder nun auch in der Zweigereihe das kleine i am Ende ihrer Modellbezeichnung verlieren. Noch im Frühjahr 2025 sollen zwei weitere Benziner folgen. Das BMW 223 Grand Coupé und ein Einstiegsmodell, das voraussichtlich als 216 oder 218 bezeichnet wird. Der BMW 220 Grand Coupé setzt auf einen Dreizylinder-Benziner samt 44 kWh Bordnetz, während die übrigen Modelle mit vier Zylindern ausgestattet sind. Die Diesel 208D und 220D nutzen denselben Verbrennungsmotor mit 150 PS her, wobei die Systemleistung des 220D dank des 44 kWh Bordnetzes auf 163 PS gesteigert wird. Der 220 startet mit 170 PS und 280 Drehmoment, unterstützt durch einen 20 PS und 55 Drehmoment starken Starter-Generator. Das unumstrittene Topmodell der BMW M235 X-Drive, beeindruckt mit 300 PS und 400 Drehmoment, beschleunigt in 4,9 Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer und kann optional mit einem umfassenden M-Technikpaket ausgestattet werden, das zusätzliche Karosserieversteifungen beinhaltet. Auch bei den Fahrerassistenzsystemen setzt das neue BMW 2R Grand Coupé Maßstäbe. Es bietet das gleiche hohe Niveau wie der neue EISA mit Optionen wie dem Driving Assistant Plus und dem Driving Assistant Professional. Letzterer übernimmt bei bis zu 210 Stundenkilometer die Lenk- und Spurführung sowie die aktive Geschwindigkeitsregelung und unterstützt mit einem Spurwechselassistenten die aktive Navigationsführung. Mit dem Parking Assistant Professional kann das viertürige Coupé sogar per Smartphone ferngesteuert parken, was besonders bei engen Parklücken äußerst praktisch ist. Die ersten Fotos zeigen den neuen F74 bereits in der beeindruckenden Farbe Brooklyn Gray als BMW M235 X-Drive, was sicherlich die Vorfreude auf das neue Modell weiter steigert. Wenn euch dieser detaillierte Einblick in das BMW 2R Grand Coupé 2025 gefallen hat, vergesst nicht uns ein Abo dazu lassen, um keine weiteren spannenden Videos und Updates von TuningBlog zu verpassen. Wir freuen uns darauf, euch auch in Zukunft mit exklusiven Inhalten zu begeistern. Lasst uns gemeinsam die Faszination Automobil erleben.